Moin zusammen, wir sind jetzt wieder der Michi und der Harm und heute spielen wir wieder L.S. Fünfzehn. Moin zusammen. Ja, ich bin immer noch Harm geworden. Wir können im Moment immer ratzen. Ich hoffe, dass der Drescher jetzt endlich mal durchläuft. Das Fälchen scheint ziemlich uneben zu sein. Ja, sonst müssen wir doch planieren. Nützt nichts. Ich glaube, ich mache ja gleich mal Autotraktor an und gehe dann auf den nächsten Hochsitz. Da hast du ja keine Flinte dabei, oder? Hätte ich ja mal noch... Oder willst du mit Steinchen schmeißen? Ne, ich hätte ja dann schön mein neues Visier ausprobieren können. Hast du es dir geholt? Ja, haben tue ich es ja. Auch schon ausprobiert, aber ich bin davon begeistert. Ja, ich habe da ja Gänse mit geschossen und ich weiß nicht. Ich habe das jetzt allerdings dann immer ran gesucht. Vielleicht wäre das besser, wenn man die Gänse damit schießt, ohne das zu vergrößern. Hey, ranzoomen auf keinen Fall. Ja, das kannst du machen, wenn du den hinterher schießen willst. Ja, auch. Also hast du das Video ja gesehen, also ich finde es gut. Ich probiere das nochmal aus bei Karnickel. Karnickel kommt dann sicher gut. Ja, hast du nicht nur für Flittenlauf, hast du auch für, äh... Oh, Hilfe, ach... Für, für, für Backshot, also für Rehposten und... Und die fliegen auch nicht so hoch. Von den Enten will ich nur ausprobieren. So, die Hänger stehe ich jetzt hier mal hin. Was, habe ich hier allerdings Frontgewicht? Scheiße, was lasse ich denen jetzt? Muss ich ja wegbringen. Ach guck mal, hier habe ich gerade kein Vorgewende gemacht. Was sind eigentlich diese Dinger hier? Diese Rohre und mit diesen gelben, mit dieser orangischen Stange. Kann man da Wasser holen? Ich meine, diese Raketen sind los oder? Ja, genau. Ich denke mal, dass das ein Grund ist oder was? Aha. Die sind ja fast. Boah, Hilfe. Die sind ja fast auf jedem Feld vertreten. Wie meinst du das? Ich fasse jetzt nicht, ob du das suchst. Oh, hier hockt es wieder. Ein Bock. Ich spiele hier LS-15 und kein Bockspiel. Also. Diese Insel hier auf Feld 5, die müssen wir glaube ich mal wegflogen. Also, einen Flug haben wir ja, können wir ja wegflüben. Ja, ich weiß nicht, geht das hier? Äh, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, dass diese, diese, diese flachen Bäume sind. Also, ich glaube, das kann man, man kann ja hier Feld, Felder mit, äh, wie hast du das noch Felder verbinden? Oder wie ist das? Aber den haben wir den olden Brunnen da, wenn das ein Brunnen ist da, am Mittenhof und Feld. Oh, den kriegen wir dann auch noch irgendwie weg. Ja, ich kenn mich mit dem Editor nicht aus. Oh, den sprengbar. Muss auch was sind wir damit, wenn dann... Oh ja! Oh, das hat wieder... Was wissen wir jetzt mit einem Felder? Es geht aufs Ende zu. Grobbar hier gerade rund um die Insel zu. Ja, ich sehe es gerade. Aber vieles dir nicht mehr, dann kannst du dabei, Feld 18, naja, ich war doch mal. Ah! Oder waren wir mal tausend da? Ja, würde ich auch mal sagen, irgendwie. Denn jagd ich hier erstmal mit dem Dünger, Dings kann ich hier dann wo drüber fahren. Oh, der Bärs, genau. Ich muss auch noch gedüngt werden. Genau. Da ist ja schon was. Dünger müssen wir mit Frontlader aufladen oder können wir das auch... Oh, nee, das können wir auch ja. Nee, können wir nicht, ne? Da, wo wir hier das Saatgut laden können, können wir da auch. Äh, weiß ich gar nicht. Da auch in der Säcke? Nee, da brauchst du ja dieses blaue Dings da. Ja, lobe ich. Ja gut, den Frontlader haben wir ja, den in New Holland habe ich ja wieder im Skall gestellt. Ja. Pürür, pürür. So, ich geh da mal was kufen, wa? Oh ja! Da bin ich ja gespannt. Ich kann leider keine Russisch, was heißt das? Russisch? Ach Gottchen, können wir auch noch eine Farbe aussuchen? Eine Farbe aussuchen? Nehmen wir fein, grau, schwarz, gelb, roh... Was ist denn Original, Original Farbe? Ist Original gelb? Keine Ahnung. Kann man den noch wieder umlackieren? Nee, war... Grün? Neee... Hila? Pink? Äh... Zahnbelach gelb. Das ist ja mehr so Kirchfarben. Ja... Ich wollte mich helfen. Okay, wir haben euch da. Ach, wie ist jetzt wieder so gewesen, ne? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da bin ich auch... Wenn er jetzt beim Hälter steht, kommen wir da sowieso vom Monk-König ran. Oh, er ist zurücksetzt. 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 die leuchtung ist ein bisschen mager der klingt musste wie so eine raupe klingen der oder wie oder nicht ich komme nicht mal besuchen mach mal er hat sozusagen ic steuerung aber hier kann ich ja so weiter ich kann auch die türen auffangen und noch was mein Oh mein Gott. Ja, ich komm ja gleich. Ja, da ist wirklich eine vernünftige Hupe. Das ist eine Hupe. So, wo ist denn der Arm? Da ist der Arm. Hier, hier. Da, wo rot ist, muss ich hier. Wer zu sagen, wolltest du weggesprungen? Nee. Der Pfeil wurde sicher ausgeblendet. Ja, da bin ich da jetzt mal gespannt. Ich steig mal im Aussehen, weil ich mal ihm höre. Iiiiih! Iiiih! 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 Iiiiih! Iiiih! 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 Das ist Vogelschiffgrau! Iiiih! Oh, komm rein! Oh, hat er... bist er mit... mit Dings? Oh! Warte, ach nee, äh, Dings. Upp! Nee, geht nicht, wa? Nee, warte. Iiiih! 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 Ich mach ja die Tür wieder zu! Du kriegst die Tür nicht zu! Warte mal, ich geh mal hinten drauf. Geht das? Du kannst auch rein bringen, ich bin grad raus. Oh! Warte! Ja! Oh! Es flüchte den ganzen Acker wieder rum, also... Hat der Sound? Ich hör den gar nicht. Sicher hat der Sound. Hörst du den nicht? Nee, ich hab... ich fahr geräuschlos. Hä? Ja. Nee, ich hab jetzt... oh! Und man muss mitlaufen. War 122, also... Ha, 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 ha! Das strammt sich da einen ab! Ja, muss ja, wenn ich... Es bleibt der Falli. Nee, er sucht! Da siehst du jetzt ja gleich nachher, oder? Oh, jetzt. also ich hörte nicht ich fahre jetzt mal zu meinen ja mein träger höre ich die volka sagen aber diesen höre ich jetzt echt nicht das ist ja komisch ich höre es nur windpfeifen aber er ist nicht schlecht wo du mal innen an sich die 80 ach ich will ja und wenn ihr nicht wieder fragt er was wir im nächsten teil machen dann müsst ihr dazu ansehen so dass wir das land ich bin gut